Wenn Sie einen Webshop betreiben, haben Sie zwei Möglichkeiten, damit Sie sagen, ich möchte die Artikel von Wawi Profi 3 für den Webshop zur Verfügung stellen. Es gibt einmal die automatisierte Variante, die nicht Bestandteil dieses Videos ist, sondern in diesem Video betrachten wir die manuelle Variante. Okay, deswegen lassen wir die automatisierte Variante jetzt komplett aus. Das heißt, Sie stellen sich auf einen beliebigen Artikel und klicken mit der rechten Maustaste darauf und sagen Webshop Export. Nun steht Ihnen XtCommerce, Magento oder momentan OS Commerce zur Verfügung. Wenn Sie sagen, ich will diesen Artikel an den Webshop exportieren, wählen Sie Ihren Webshop aus und sagen zum Beispiel XtCommerce. So, was passiert? Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz öffnen, das habe ich schon vorbereitet, haben Sie in Ihren Wawi Profi 3 ein Im-Export-Verzeichnis. Dort gibt es einen Unterordner Webshop. In diesem Webshop gibt es jetzt nun die CSV-Datei für den Webshop XtCommerce, den Sie über dessen Schnittstelle einlesen könnten. Das bedeutet im Klartext, Sie machen Ihren XtCommerce auf, sagen Artikel importieren, sagen hier ist die Datei und schon geht alles wie von Geisterhand. Das heißt, der Artikel, und ich mache jetzt mal Excel ein bisschen kleiner, hier, wird dementsprechend in Ihren Webshop importiert. So, ich sage jetzt bloß mal Zellen formatieren hier. Okay. Weil es ist ja eher N. Okay. Dann sehen Sie es jetzt auch besser. So, und das ist dann keine große Besonderheit. Die Felder sind vordefiniert, so wie sie auch gehören. Damit kann Ihr Webshop was anfangen. Ich will es jetzt nicht speichern. Wenn ich sage, ich will den gleichen Artikel zum Beispiel an Magento haben und den gleichen Artikel an Hubsala, an OS-Commerce. Wir schauen uns jetzt unser Im-Export-Verzeichnis erneut an. Dann haben wir nun eine CSV-Datei für den Magento-Shop, eine CSV-Datei für den OS-Commerce und eine CSV-Datei für XtCommerce. Also, keine große Kunst. Webshop starten, sagen, ich will Daten importieren, die Datei hier zur Verfügung stellen und alles ist gut. So einfach ist der manuelle Datenexport für den Import an Ihren Webshop.